In dem Film sind viele Leute, die wollen eine Düne umgraben. Über 100 Menschen gehen auf einen Berg, damit sie dort schippen können. Also die haben das per Hand gemacht, ohne Maschinen oder so. Also das stelle ich mir auch schon anstrengend vor, das eben so richtig lange zu machen in der prallenden Hitze. Vielleicht machen die das auch einfach nur, weil es ihnen Spaß macht. Und ich habe eigentlich keine Ahnung, warum sie es gemacht haben. Wenn man fest daran glaubt, man schafft es, dann schafft man das ja auch. Positiv immer denken soll man ja. Irgendwie finde ich es unlogisch, dass man einen Berg um 10 cm verschiebt. Warum? Ja, aber es hat... Was sind doch nur 10 cm? Was ist der Sinn dafür? Das verstehe ich auch nicht. Aber ich fand es schon schön, dass die das auch alles dann doch wirklich durchgesetzt haben und auch geschafft haben. Fand ich beeindruckend. Das stimmt. Vielen Dank.